hallo meine lieben leute und ihr seht es schon dort unten minecraft.de wir haben noch die neue version die version 0.0 alphabet 2 das ist wirklich kein fake ich glaube man kann man die sprache für deutsch gibt es auch Tim oder Alex ich hab jetzt mal noch anderen genommen ja und anders ist eh nicht dort das kann ja ich finde das gut geworden und um nur und wir sehen ja nicht an wir haben ja ein und 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 die 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 und der kuhlein nun und und in der Schüsse mit auch im ja und hier und und ein Schauspiel ist gar nichts anderes ich zeige euch noch ach jetzt ist es angehalten tut mir leid Leute ich gehe noch mal rein diese Bug muss auch noch beheben werden und abstürzen ach das stärktes Handy irgendwie so jetzt geht's wieder wenn zum Beispiel neu ist hier dann der Server und erweitert ist halt wieder das mit den Sprachen ist wirklich jetzt gut geworden und ja ich sag mal das war's eigentlich mit dem Video Link ist in der Infobox zu dem Minecraft PE das war's, Bye!